Im Tourismus ist durch die Corona-Pandemie kein Stein auf dem anderen geblieben und wir haben sehr, sehr harte Monate hinter uns. Aber jetzt geht es darum, wieder aufzusperren. Jetzt geht es darum, Österreich im Tourismus wieder an die Weltspitze zurückzubringen. Und das wird gelingen, vor allem mit unseren großartigen Betrieben, mit den tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eines ganz besonders gut können, für bewährte österreichische Gastlichkeit sorgen und Österreich zu einem der schönsten Länder der Welt zu machen. Deswegen, auf geht's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017